Hallo, hier ist Christian Helmschemeyer, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Thema heute, ja, vielleicht mehr was für Männer, aber vielleicht auch nicht, Männlichkeit stärken. Ich wollte noch sagen, ich glaube jetzt gerade heute gibt es noch den 1-10%-Code auf meine Liebeschipp-Live-Tage in Wien und in Hamburg. Und auch die Lesung in Jena auch, der Code heißt TWENTYS, groß geschrieben, auf Liebeschipp.de. Okay, ich freue mich euch da zu sehen und man kann so gerade noch einsteigen in die aktuellen Selbstliebe-Challenge. Ja, genau, ich dachte, ich mache mal wieder so ein Thema, was, keine Ahnung, ob das mehr Männer betrifft. Also, aber fand ich mal wieder wichtig und möchte ein bisschen ausholen. Also, die Sachen, die ich immer wieder sage hier mit Liebeschipp und Plus, Minus, Bildungsangst, Verlustsangst, man könnte das auch, ja, also aufdröseln über das Thema Selbstbewusstsein. Also, Selbstbewusstsein, Selbstwert, für sich einstehen könnte man theoretisch auch. Und das ist auch die Brücke, die ich mal gleich schlagen will zum Thema Männlichkeit. Es lässt sich, könnte man auch vieles umbrechen, auch Weiblichkeit, aber wir machen es jetzt mal so rum, oft ist es ja auch mehr aus Sicht der Frau. Also, dass im Grunde genommen das für das andere Geschlecht interessant ist, was wir zeigen an uns, was wirklich selbstbewusst ist, was originell ist, selbstbewusst, für sich einstehen. Könnte man jetzt evolutionsbiologisch aufbrechen, das ist ja auch demonstriert, dass man starkes Kraft hat, aber auch die Schleife lassen wir heute mal, aber könnte man jetzt auch noch nehmen. Ganz allgemein ist es einfach so, dass wir dann Menschen interessant finden, ja, wenn sie bedingt machen, selbstbewusst sind und bei Männern ist es eben normal besonders so. Und das bisschen Paradoxe ist, ja, dass man halt will, dass jemand, ja, einen will natürlich, so als, also wenn man ihn auch gut findet, ne, will man, dass er einen auch will, aber nicht braucht. Das ist immer so irgendwie so ein bisschen schwer zusammenzukriegen, aber ist eigentlich klar, also ich, natürlich möchte ich, wenn ich jemanden toll finde, dass er mich auch toll findet und dass er mir das auch zeigt, ne. Also, das gehört auf jeden Fall zur Männlichkeit dazu, dass ein Mann nicht unterm Radar segelt, sondern ganz klar sagt, was er will, ohne Angst. Da geht es schon wieder los mit dem Selbstbewusstsein, ne, dass er nicht sagt, oder gar nichts sagt und einfach so in der Nähe der Frau ist und, weiß ich nicht, mit ihr redet oder lange mit ihr redet, sondern männlich ist definitiv ganz klar zu sagen, ich habe ein sexuelles Interesse an dir. Also, das muss man ja auch nicht sagen, ne, kann man, ähm, deutlich machen, zum Beispiel, indem man sagt, äh, wollen wir nicht mal auf ein Date gehen, ne, oder indem man vielleicht nach einem erfolgreichen Date, äh, die Frau dann auch küsst, ähm, auf dem Weg zum Auto oder wann auch immer irgendwie, ähm, oder, ja, oder auch dafür sorgt, wenn der Schritt gemacht ist, dass es irgendwie weitergeht, ne. Also, Männlichkeit gehört definitiv, äh, zu sagen, ja, das interessiert mich, du interessierst mich, interessierst mich auch nicht nur als Freundin und dieses Risiko, äh, es ist vor allen Dingen männlich, dieses Risiko einzugehen, auch eine Abfuhr zu kriegen, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass man so ein Abfuhr und ein Rennen soll, aber, ähm, es ist zum Beispiel nicht unbedingt männlich, ja, sozusagen sich auf eine platonische Freundschaft mit einer Frau einzulassen, die man eigentlich daten will, so, weil das ist, das ist so typischer, typisches Beispiel von unterm Radar, Radar segeln, ne, oder dieses großartige Beispiel, was ich in diesem, äh, Kussfilm neulich hatte, aus, äh, Before Sunrise, oder, äh, ich glaube, Before Sunset, Before Sunrise, glaube ich, äh, wo dann mal nicht sagt, ich möchte dich jetzt küssen, sondern er sagt, ich habe ein Geheimnis, kann ich jetzt mal erzählen, und dann drückt er ihr näher und dann küsst er sie erst, oh, das ist typischer Fall von unterm Radar segeln, und, ähm, jetzt wird's natürlich, ist es immer das gleiche Problem, jetzt wird's natürlich wieder einzelne Frauen geben, die sagen, ja, aber ich mag gerade Männer, die unter dem Radar segeln, es ist natürlich immer so, dass alles, was wir machen, also als Psychologen sagen wir immer, ist normal verteilt, äh, hat es mit normal nichts zu tun, aber, äh, sozusagen, es gibt Leute, die sind auf dem Extrem, es sind Leute, die sind auf dem Extrem, und da gibt's eben eine große Masse, die in der Mitte ist, also es gibt Leute, es sind wenig Leute, die ganz klein sind, wenig Leute, die ganz groß sind, und es gibt eben, ja, bestimmte mittlere Größe, das heißt, egal, was ich jetzt hier sage, natürlich wird's immer einzelne geben, die sagen, ja, das mag ich gerade, aber, gut, ich will jetzt nicht mehr das ganze Thema Polarität aufdröseln, das mache ich in einem anderen Video nochmal, dann braucht's eben auch dazu wieder das polare Gegenstück, aber in der Regel, denke ich, äh, wird's als Männlichkeit empfunden, ähm, nicht unterm Radar zu segeln, klar zu sagen, was man gut findet, und auch nicht auch nicht auf ne cheesy Art, und natürlich auf ne angemessene Art, so, ne, jetzt kommen wir auf das andere Problem, wir haben einerseits den Mann, der sich vielleicht zu sehr versteckt, äh, verständlicherweise, aus Grund seiner Biografie, und ich weiß nicht, was, wie gesagt, das ist überhaupt auch nichts Falsches dran, ne, es ist, denke ich, für jeden Mann eine Entwicklung, da, äh, zu seiner Männlichkeit zu finden, so, aber es gibt auf der einen Seite halt dieses Problem, ja, ich trau mich nicht, und, äh, bloß, weiß ich nicht, bloß keine Ablehnung kriegen, und ganz grob gesagt, zu nett, und auf der anderen Seite gibt's eben das Problem mit Männern, die vielleicht voll in ihrer Polarität sind, aber überhaupt nicht nett sind, so, ne, die, äh, ja, grenzüberschreitend sind, äh, egozentrisch lügen, whatever, gibt's bei Frauen natürlich auch, aber egal, äh, bleiben wir mal, ähm, auf der Spur jetzt heute, ähm, und ich denke, eine gute Männlichkeit ist eben einer, wo jemand, äh, ja, also, in seiner Polarität ist, in seiner männlichen, und trotzdem, ähm, ja, ich würde jetzt fast sagen, ein Gentleman, äh, sein kann, also trotzdem, äh, charmantes, ehrliches, ähm, ja, aber eben auch nicht, das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht die Frau zu sehr, ein bisschen brauchen wir uns natürlich immer, aber die Frau nicht zu sehr braucht, so, nicht, also nicht so als Tankstelle braucht, sondern, äh, sozusagen, wo die Frau das Gefühl hat, ja, an der Seite dieses Mannes, ähm, ja, weil der in seiner Polarität ist, kann auch ich voll in meine Polarität gehen, äh, kann voll das machen, was eben weibliche Polarität ausmacht, und, äh, muss diesen Mann aber jetzt nicht die ganze Zeit, äh, stützen und aufpäppeln, was natürlich auch mal ein Teil von Beziehungen ist, aber, ähm, im Großen und Ganzen, äh, kann, kann ich ganz in meine Rolle gehen als Frau, weil auch der Mann ganz seine Rolle einnimmt, so, ne, ähm, und, ja, also das bedingt sich gegenseitig, pusht sich auch gegenseitig, so, ähm, und für die allermeisten Frauen ist es eben total angenehm, wenn der Mann in seiner Polarität, also auf eine gute Art in seiner Polarität ist, weil dann können sie auch das machen, was sich für sie am besten anfühlt, nämlich in der weiblichen Polarität sein, ähm, gut, also es bedeutet, ähm, für sich einzustehen, also bedeutet natürlich auch, wenn irgendein Scheiß passiert oder so, oder irgendjemand sich blöd verhält, oder, also Männlichkeit gehört definitiv auch dazu zu sagen, nee, so, jetzt, hier ist mal Schluss, ne, hier ist eine Grenze, ähm, also Rückgrat haben, sagt man ja auch gern, das gehört auch total dazu, ähm, und, ja, und dann würde ich zwei Sachen gerne noch sagen, also männliches Verhalten ist eben auch einfach unmännliches Verhalten, möglichst, äh, kann man natürlich immer mal machen, aber möglichst runterzuschrauben, also unmännliches Verhalten, wie Frauen hinterherlaufen, äh, zu nidi sein, ähm, weiß ich nicht, auf dem Podest stellen, das ist alles, das macht vielleicht kurzfristig mal interessant sein, für Frauen, aber dann, auf die Dauer ist es, äh, frustrierend, weil eine Frau möchte nicht, dass ein, also wenn du als Mann eine Frau zu sehr auf dem Podest stellst, ja, dann stehst du als Mann ja unter dieser Frau, das möchte eine Frau gar nicht, die möchte überhaupt nicht, ne, die möchte vielleicht mal kurzfristig so einen Ego-Kick, dass sie auf dem Podest steht, aber dann wird dann ganz schnell langweilig, ne, weil die möchte ja auch zumindest auf Augenhöhe sein, mit einem Mann, oder möchte vielleicht auch manchmal, ähm, zu ihm aufschauen, genauso wenn die auch Männer manchmal vielleicht zu ihrer Frau aufschauen wollen, ähm, aber er möchte sicherlich nicht immer runterschauen, so, ne, äh, also das wirklich, äh, zu lassen, und unmännlich ist eben alles, was zu sehr, ähm, da kommt man nicht auf wieder diese ganzen Gender-Probleme, und Political Correctness, aber sicherlich ist ein Mann, der, weiß ich nicht, nicht so sein Ding macht, egal ob das jetzt im Dating ist, oder im Leben, oder im Beruf, äh, ist vielleicht nicht immer, wird vielleicht nicht unbedingt als männlich wahrgenommen, und der letzte Punkt noch, was super wichtig ist, also deswegen ist es auch schwer, das jetzt auf ganz konkrete Sachen einzugrenzen, ich denke, dass dann ein Mann männlich ist, wenn er so ist, wie er ist, wenn er einfach sein Ding macht, ne, also das heißt auch nicht unbedingt, dass männlicher Mann immer jemand sein muss, der im Anzug rumläuft, oder muss auch nicht immer jemand sein, der, was weiß ich, wie ich mit Football-Trick ist, im Superdry rumläuft, nein, also, ich denke, männlicher Mann ist einer, der das macht, was er eben gut findet, und nicht die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie finden das denn jetzt andere, äh, finden das die Mehrheit gut, ähm, weiß ich nicht, der macht eben das, was er gut findet, und das ist total attraktiv, so, ne, weil das Zeug von viel Selbstliebe, von Kraft, von für sich einstehen können, Grenzen setzen können, innovativ sein, unter Umständen, sein Ding machen, also nicht alles Sachen, die natürlich auch, ja, auch wieder evolutionär sich natürlich eine Rolle spielen, aber eben heute immer noch gültig sind, so, ne, und ich denke, für Männer ist es halt manchmal schwer, auch aufgrund dieser ganzen, äh, was ist ja in diesem Gender-Video, was, glaube ich, davor oder nachkommt, weil wenn ich es nochmal ausbreite, ähm, äh, also die meisten Männer möchten ja gar keine Grenzen überschreiten, wobei ich immer denke, wie küsst man zum Beispiel eine Frau, ohne ihre Grenzen zu überschreiten, das ist physisch schwierig, ne, aber gut, ähm, äh, möchten natürlich jetzt im anderen Sinne nicht die Grenzen überschreiten, und sind dann nett, zu nett, und dann, für die Frau ist es dann so, ja, äh, finden dann auch, ja, schön, dass du nett ist, äh, ist ja kein, kein Arschloch, ne, schön, und finden das vielleicht auch eine Zeit lang nett, und freuen sich, und dann irgendwann merken sie, ja, scheiße, die Chemie fehlt, der ist, sagen dann, der ist viel zu nett, ähm, und unter Umständen, äh, was ja immer wieder passiert, äh, ja, ist dann plötzlich jemand anders, ein Bad Guy, äh, der eigentlich überhaupt nicht nett ist, der ist dann auf einmal auf dem Tablett, und von dem kommt man da nicht los, weil da die Schmiede wieder zu groß ist, und ja, deswegen, ich glaube, das ist für Männer so ein, ja, so eine Brücke, über die sie gehen, also auf der sie sein müssen, wo es auf der einen Seite ist, eben diese Gefahr von zu nett, Pushover, auf der anderen Seite ist diese vielleicht, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber sagen wir mal, ein bisschen toxische, Männlichkeit, Egozentrik, Grenzen überschreiten, super Bad Guy, und der muss halt jedermann so seinen Weg finden, und diesen Mittelweg dazwischen zu finden, ist gar nicht so einfach, ne, das ist, äh, denke ich, für viele Männer, äh, eine Aufgabe, die bestimmt nicht mit auf die Welt kommen gelöst ist, so, sondern wo man eigentlich kontinuierlich, ja, sich weiterentwickeln darf, daran arbeiten darf, die aber auch, glaube ich, für viele Männer sehr, ähm, viel, ja, also es ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Weg, den zu gehen, ähm, weil natürlich, wenn man dann die Ergebnisse, also es ist ja das Paradoxe, wenn man sich nicht mehr so drum kümmert, was andere von einem denken, äh, dann denken die auf einmal ganz viel Gutes über einen, ne, oder dann wird man auch einmal interessant, ne, das ist, äh, ich weiß noch einmal, war ich, ähm, ich glaube, das war auf so einer Snowboardreise oder sowas, da war ich, glaube ich, in so einer großen Gruppe, ich war im Prinzip allein da, und kenne es halt auch oft so, ja, Gott, das ist so eine internationale Gruppe, ja, wenn man da nicht so richtig mitmischt, allein da ist, ist man vielleicht, ähm, vielleicht nicht so im Zentrum der Gruppe, und ich hatte mich dann, weiß ich, ich hatte irgendwie keinen Bock, und ich dachte mir, ach, das ist irgendwie zu viel trinken hier, und ich weiß nicht was, und hab mal ein eigenes Ding gemacht, bin mal abends alleine weggegangen, was weiß ich, und plötzlich, äh, gut, dann gab es auch noch andere Sachen, die ich erzählt habe, aber, ähm, ich habe ja immer diese Themen, die gerade angehen, aber gut, auf einmal war ich voll angesagt, irgendwie, ne, und, weiß nicht, dann kamen die Leute, boah, wir haben gestern ganzen Abend über dich geredet, und Mensch, abgefahren, und, sagte ich mir, wow, was ist das denn, aber hab dann auch so gedacht, ja, das war auch ein bisschen, weil ich auch, ich meine, das wollte er eigentlich gar nicht, aber, war auch ein bisschen so, weil ich einfach gesagt habe, hey, ja, ich mach jetzt hier mein Ding, das passt mir gerade nicht, ne, das ist einfach nicht meins, trinkt jemand wegen den ganzen Abend, aber, ich hab da jetzt nicht so einen Bock drauf, so, ne, ähm, aber, ihr findet tausend eigene Beispiele, also, man kriegt da eigentlich relativ schnell, äh, Feedback, und ich hab es auch immer wieder erlebt, dass Frauen einem auch eigentlich ziemlich klares Feedback geben, wie das gerade ankommt, jetzt ist natürlich, kann man wieder sagen, ja, das ist auch so eine Falle in der Männlichkeit irgendwie, jetzt sagt einem eine Frau vielleicht, das und das finde ich nicht männlich an dir, also, das ist jetzt auch so eine Falle, ne, weil, die sagt zum Beispiel, äh, was weiß ich, wenn du mich mehr als dreimal am Tag anrufst, dann finde ich das unmännlich, so, jetzt lässt du es, jetzt rufst du sie nicht mal mehr als, jetzt rufst du sie nicht mal sechsmal am Tag an, sondern genau dreimal am Tag, naja, und was ist dann der Subtext, ich mach genau das, was die Frau mir jetzt gesagt hat, ist auch wieder, auch wieder scheiße, ne, also, es ist echt schwer, da manchmal drauf zu reagieren, deswegen, ähm, es ist gut, dieses Feedback, was man wirklich auch von Frauen bekommt, anzunehmen, und trotzdem sein eigenes wieder daraus zu machen, ne, also trotzdem, zu sagen, ja, ich hör's, ich werd dran lernen, und dann trotzdem wieder sein eigenes, Ding zu machen, ne, das konnte zum Beispiel dann heißen, ja, okay, ich kann ein bisschen weniger anrufen, aber ehrlich gesagt, wär ich auch gerne in der Beziehung, wo man oft am Tag telefoniert oder so, ne, also keine Ahnung, das könnte dann eine Möglichkeit sein, ja, also, zusammengefasst, es ist nicht leicht für Männer heute, ich will jetzt auch, also, da auch keinen Grund zu jammern, es macht Spaß, Mann zu sein, äh, macht auch Spaß, Frau zu sein, aber ich glaub, den meisten Ländern macht's auch Spaß, Mann zu sein, und, ähm, aber es ist sicherlich heute, ja, mit diesen ganzen gesellschaftlichen Anforderungen, man soll nicht, Softie sein, man soll nicht Bad Guy sein, man soll, äh, ich weiß nicht, ähm, als, keine Ahnung, soll nicht zu männlich sein, aber auch nicht zu wenig, und, das ist halt schwierig, und, das ist auch unklar, weil das teilweise auf verschiedenen Ebenen verarbeitet wird, man verarbeitet manchmal Sachen aus so einer gesellschaftlichen Ebene, wo man sagt, ja, ich müsste es ja jetzt gut finden, wenn der Mann besonders nett ist, aber dann sozusagen der animalische Teil in einen reagiert eben komplett anders, und sagt, ey, fuck it, hab ich gar keinen, nee, ich will, ich will nicht so viel nett irgendwie, und dann ist man auch in einem selber, könnte ich mir vorstellen, als Frau manchmal auch schwierig, dann kriegt man die Information, jene Information in seinem Kopf, was mache ich denn jetzt damit, aber ich würde im Zweifelsfall, würde ich immer eher die animalische, also, ich weiß nicht, ich würde im Zweifelsfall immer die Seite der Polarität benutzen, trotzdem, äh, und trotzdem, sozusagen, Polarität plus respektvolles Verhalten, das würde ich im Zweifelsfall immer, ähm, den Vorzug geben, egal was die Gesellschaft sagt, sag ich mal. Gut, bin gespannt auf eure Kommentare, in dem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal.